Das ist ein völlig unrealistisches Spiel. Und zwar ist es ein blauer Ort von Schwarz-Meter, so bei den Führersachsenen, die ist hier. Wir müssen zusehen, wie du sie überlaufen kannst. Und du musst versuchen, dir die Laufheit zu verstellen. Wie hast du das? Wie ist 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 das? Du kannst die Laufheit, 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 die Lauf Ich lasse es nicht drüber. Ich lasse es hier nicht drüber. Diese Linie ist hier mit dem Hübschen. Das ist den Rückpass. Und sofort gegen den Erdmodell. Schlaghöfte, nur Schlaghöfte. Und hoffentlich nur Flach. Verstand? Zurücklaufen ist nicht Laufen. Ich lasse es nicht drüber, sondern Bar nehmen und springen. Okay? Schnelllaufen. Und dann hier die Aufgabe. Lila geht in der Hübschenbeifelbahn, Juli geht in der Hübschenbeifelbahn. Und die Aufgabe? Die Aufgabe ist auch ein Teil bei der Hübschenbeifelbahn. Jetzt zurückkommt es. Die erste Aufgabe wird die ersten drei Durchgänge gefolgt. Das ist jetzt nur. Ich bin mit dem hinten rein, um Reifen zu Reifen. Bei jedem Sprung machst du nur fit. Und die Passfüten, so oder so, sondern gerade auch eine große hier. Nimmst du mal auf die Wand wieder, lässt du mal auf meinen Sprung wieder liegen. Alles klar, deswegen. Hopp, dann hopp. 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 Und dann geht es weiter. Das ist der schlechte Seite der ersten Sitzung. Weiter. Jawohl, gesagt. Mehr raus, mehr raus, mehr raus. Mehr raus, mehr raus. Mehr raus. Okay, jetzt haben wir das Rücklauf vom Neuen Ausgaben. 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 Jetzt haben wir das Rücklauf vom Neuen Ausgaben.